Kaufe ich will ein Dummy! Jaaa! Gründermehr und Karma. I can't hit it! Tschüss! Bam! Nervig, jetzt schon diga nervig. Ah, ich bin tot. Habbam! Ja, leider keine Chance. Silberne! Oh! Don't blink! Wart mal, Silberne muss ich übernehmen, oder? Du, ja. Are you ready? Wofür? Na, Kessel! Hast du es bekommen? Ja! Geile Scheiße! Du musst dann... Ich teile das denn, oh Gott, scheiße, dass wir das nicht klappen! Eieieiei! Let's go! Bonk! Okay, Pflanze fühlt er gar nicht! Ja, hat er gar keinen Bock! Kein Wunder, dass die gerade eben verloren haben! Keine Pflanze genommen, ihr seid giga shit! Du machst das schon! Perfekt! Okay, wir probieren es aber direkt einmal bei der Catelyn aus, ja? Mh... Kessel? Okay, es wird abgebrochen! Ja, bin ich mir jetzt auch nicht sicher! Was hält sie sieht und der Cast war so gut wie durch! Ich wurde halt... wurde halt aber auch einfach, äh... durch sie sieht! Naja... Kannst du jetzt... Oh, oh, oh... Mein Klon wurde... Oh, oh, oh... Kannst du jetzt immer noch nicht auf Sicherheit sagen, ob es abgeworfen wird? Nein! Na, 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 na... Oh! Siehste, funktioniert! Der AOE ist denn sogar nicht mehr zu sehen! Holy shit, ist das geil! Wir probieren es bei der Catelyn. Sag, wenn du dein Q wieder abhast, ja? Geil! Oh, Gary, Nüsse! Q ab? Ja! Ja! Echt Kassel? Kassel? Hehehe! Das ist ne echte! Wird mal der linke! Ja, ja, ok! Das klappt einfach! Das ist der Knaller! Einfach die Atombombe! Der countert einfach die größte Downside von deinem Nuno-Ulti! Ich habe doch noch nicht angefangen zu casten! Na gut! Oh, sie haben auch Kassel! Kannst du es vergessen! Oh, ist schon tot! Erstmal der falsche Tründer! Na, ich hielt dich mal kurz! Wann hast du Kassel wieder? In Acht! Okay! Oh, der Tründer hat das Rage! Ich muss hier weg! Okay, warte, warte, warte! Scheiße, Scheiße! Jetzt? Ich krieg Kassel? Und, warte! Äh! Schade, er hat es knapp überlebt und konnte noch ulten! Hahaha! Oh mein Gott! Junge, Junge! Erstmal wollen wir wischen! Ich Kassel? Kassel? Oh Gott, das ist so geil, Mann! Ich habe so viel Spaß gerade! Das habe ich noch nie gehabt in League of Legends! Ja, du bist gorgeous! Hey, ist das geil, Mann! Wie ich Riot kennen werde ich jetzt vermutlich nicht das Critten auf der Ult kriegen! Ja, das glaube ich auch! Aber man kann nicht alles haben! Ach, Buberang! Ja! Ich caste! Und... Ne, zu früh! Ich habe abgebrochen, aber... Damit es noch hittet... Äh, die ist wieder full life! Stark! Ei, 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 ei! Ja! Keine Chance! I'm scared! Okay, mein Speyschild wurde getriggert! Oh! Ich ulte mal! Kassel, wenn du kannst! Ne, ich bin tot! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Hingesprungen und dann war hinter der Bauer, die ich nicht sehen konnte, war... Ähm... Ne Cater Trap! Augment! Augment! Bitte, bitte, bitte! Oh, Mann, ey! Das ist so frech, ne? Kein prismatisches Augment, wenn wir einmal Kassel bekommen! Ich habe einen Blizzcrane geguckt! Ich habe auch einen Blizzcrane geguckt! Du spielst mich rein und ich hook ein! Okay, das kann funny werden! Gut, dann muss die normale Ult reichen! Ich kaste! Ketli ist raus! Welcher? Der der Torte ist! Ja, warte! Ich bin so sauer auf Rito, ne? Wirklich! Einfach kein prismatisches Augment in dem Game! Wenn ich einmal gerne Critten würde! Ich meine, ich hätte sie trotzdem, aber ich hätte gerne eine größere Zahl! Die Ketlin hat jetzt ein GA! Ja, das ist nicht gut! Ich caste! Unlucky! Gut, jetzt müssen wir kurz chillen, ja? Ich muss einfach meine Ult wieder abmachen! Nein, lass mir ein! Ah, nein! Sorry! Ich habe Ult erst, ich habe Ult erst in 13 wieder! Wir müssen chillen so lange! Okay, hallo Shaco! Shaco ist fast tot! Shaco, ah ne, ist ein Clones gestorben! Du bist fast tot, auch nicht gut! Ja, ich bin tot! Ich werde runterburnen! Lass noch mal ein Castle! Castle, Castle! Nein, Pase, nein! Mein Hook hat mich gecountert! Nee! Oh, sie ist fast tot! Ah! Nein, es hat nicht gereicht! Oh, es ist traurig!